Hast du schon mal darüber nachgedacht, mit deiner Food-Fotografie Geld zu verdienen? Food-Fotografie ist ein unglaublich lukrativer Berufszweig. Aber, das fragen sich halt super viele, wo fängt man an? Wie kann ich überhaupt mit meinen Food-Fotos Geld verdienen? Ich zeige dir heute drei Wege, wie du mit deinen Food-Fotos Geld verdienen kannst. Hi, ich bin Denise, ich fotografiere seit über acht Jahren Food und konnte von Anfang an sehr gut von meiner Food-Fotografie leben. Ich zeige dir heute drei Möglichkeiten, wie du das auch schaffen kannst. Überleg mal, wo werden überall Food-Fotos gebraucht? Einer der größten und wirklich ganz oft übersehenden Bereiche ist die Werbung. Food-Fotos auf Verpackungen im Supermarkt, Food-Verpackungen, auf Flyern oder Zeitschriften im Supermarkt, auf sämtlichen Werbeartikeln und sämtlichen Werbemaßnahmen. Werbung ist wirklich ein riesiger Bereich und bei weitem der lukrativste. Unternehmen benötigen wirklich laufend neue Fotos für ihre Werbekampagnen. Egal, ob das jetzt eine Supermarktkette ist, ob das ein Food-Produzent ist, ob das ein Start-up ist, alle benötigen Food-Fotos für ihre Werbe- und Marketingmaßnahmen. Geh wirklich mal mit offenen Augen durch die Stadt. Ja, wir leben im digitalen Zeitalter, aber es gibt immer noch Plakate da draußen. Schau mal da drauf, da sind Food-Fotos drauf. Oder geh mal durch einen Supermarkt, da sind überall Food-Fotos. Oder selbstverständlich auch im digitalen Bereich. Werbebanner oder allein auch die Websites von Unternehmen benötigen eine Menge an wirklich gutem Bildmaterial. Oder vielleicht auch die Werbung, die du vor diesem YouTube-Video gesehen hast. Vielleicht hast du auch da Food-Fotos gesehen. Wie gesagt, Werbefotografie ist wirklich lukrativ, hat aber auch dementsprechend hohe Anforderungen an dich als Fotografin. Um Kunden für die Werbefotografie zu gewinnen, brauchst du ein wirklich starkes, überzeugendes Portfolio, Referenzen und ein bisschen Erfahrung. Mein Tipp an dich also, wenn du mit Werbekunden zusammenarbeiten möchtest, erstelle wirklich ein starkes, aussagekräftiges Portfolio mit starken Fotos, die dein Können widerspiegeln. Sammle Referenzen und etablier dich in der Branche. Ein zweiter Weg, um mit deinen Food-Fotos Geld zu verdienen, ist die Content-Produktion für PR und Social Media. Wenn du zum Beispiel vielleicht schon einen eigenen Blog hast oder einen Instagram-Kanal, dann hast du damit die besten Voraussetzungen, um Unternehmen von deinen Food-Fotos zu überzeugen. Der Bedarf an Content für Social Media ist in den letzten Jahren explodiert. Und dementsprechend viel Bedarf haben Unternehmen an ständig neuem Content für ihre Social Media-Profile. Und das ist deine Chance. Denk zum Beispiel mal an, ganz einfach, die Social Media-Profile von Food-Marken. Von, weiß ich nicht, deinem Lieblings-Frischkäse, deiner Lieblings-Limonade, deinem Lieblings-Gin, whatever. Jede Food-Marke hat ein Social Media-Profil und benötigt dafür Food-Fotos. Da kommst du ins Spiel. Oder denk auch an die ganzen Rezept-Apps, die es gibt. Auch die Rezepte müssen fotografiert werden. Auch eine Möglichkeit, um regelmäßig neuen Content zu produzieren. Weil das Tolle an dieser Content-Produktion für Social Media ist, der Bedarf ist einfach regelmäßig da. Und du kannst besonders hier wirklich auf monatlicher Basis für diese Unternehmen arbeiten. Viele Content-Creator haben wirklich langfristige Verträge über mehrere Monate, über ein Jahr. Und dadurch sicherst du dir direkt dein Einkommen für mehrere Monate. Und wenn du vielleicht noch unsicher bist, ob du schon bereit bist, um an Unternehmen heranzutreten, dann mach auf jeden Fall meinen Video-Check und finde heraus, wo du mit deinen Food-Fotos stehst und wie viel du für deine Food-Fotos verlangen kannst. Den Link zur Videoreihe packe ich dir in die Beschreibung. Das Ganze kostet dich nichts. Und du weißt danach sofort, wo du stehst und was deine nächsten Schritte sind. Die dritte Möglichkeit, mit deinen Food-Fotos Geld zu verdienen, sind Nutzungsrechte an bereits bestehenden Fotos von dir. Vielleicht ist dir das schon mal passiert. Ein Unternehmen schreibt dich per Mail oder per Instagram an und fragt, hey, wir finden dein Foto vom Schokoladenkuchen super. Dürfen wir das für unsere Website verwenden? Natürlich gerne gegen eine Nutzungsgebühr. Lass dir da nichts erzählen. Viele Unternehmen ködern dann mit einer Verlinkung oder vielleicht auch mit kostenlosen Produkten. Lass dir nicht erzählen, dass dein Food-Foto nichts wert sei. Wenn ein Unternehmen dein Foto nutzen möchte für die eigene Website, für die Social-Media-Kanäle oder um es irgendwo abzudrucken, dann ist dort eine Nutzungsgebühr für dein Bild fällig. Eine Verlinkung oder namentliche Nennung ist keine Bezahlung. Du musst immer daran denken, wenn dieses Unternehmen ein Foto oder mehrere Fotos, eine Fotostrecke, neu produzieren lassen würde, dann würde es dafür mindestens mehrere tausend Euro ausgeben. Und du lässt dich mit einer Packung Schoko-Soße abspeisen? Nein, verlange eine Nutzungsgebühr. Ganz kurzer Exkurs. Was sind Nutzungsrechte überhaupt? Du legst damit fest, wie ein Unternehmen dein Foto verwenden darf. Darf es das Foto für Social Media verwenden oder vielleicht, um es irgendwo abzudrucken? Darf es für Werbezwecke eingesetzt werden? Darf es nur in Deutschland eingesetzt werden oder vielleicht international? All das legst du mit der Vergabe von deinen Nutzungsrechten fest. Und je nachdem, was du dem Unternehmen erlaubst, je nachdem, wirst du unterschiedlich bezahlt. Nutzungsrechte sind also wirklich eine super Möglichkeit, um aus den Fotos, die du bereits hast, noch mal mehr rauszuholen. Aber, das ist das kleine Aber, deine Fotos brauchen dafür natürlich eine gewisse Qualität, weil sonst wird kein Unternehmen bereit sein, diese Fotos für die eigene Website oder Flyer oder Social Media zu nutzen. Das heißt, deine Fotos brauchen wirklich eine hervorragende Qualität, damit du sie an Kunden verkaufen kannst. Das waren bereits drei Möglichkeiten, um mit deinen Foodfotos Geld zu verdienen. Ich möchte aber noch auf eine Sache eingehen, weil ich weiß, dass diese Frage kommen wird. Was ist mit Stockplattformen? Manchmal hat ein Unternehmen keine Zeit oder kein Budget, extra neue Fotos für eine Kampagne produzieren zu lassen. Und dann greifen Unternehmen gerne auf Stockfotografie zurück. Stockfotos werden auf Plattformen angeboten, auf denen sich die Unternehmen die Fotos gegen eine Nutzungsgebühr herunterladen können. Diese Plattformen sammeln wirklich eine riesige Menge an Fotos und stellen sie potenziellen Käufern zur Verfügung. Und diese Fotos müssen ja auch irgendwo herkommen. Das heißt, du kannst als Creator, als Fotografin auf diesen Plattformen deine Fotos anbieten. Das Ding ist, warum ich das nicht wirklich aufgenommen habe, in unsere drei Möglichkeiten damit Geld zu verdienen. Es ist nicht wirklich lukrativ. Du musst wirklich eine unglaublich große Menge Fotos anbieten, um dort nennenswert Umsatz zu machen. Außerdem brauchen deine Fotos wirklich eine hohe Qualität, um überhaupt auf diesen Plattformen aufgenommen zu werden. Deswegen empfehle ich das jetzt nicht unbedingt als großen Weg, um mit der Foodfotografie reich zu werden. Aber trotzdem, wenn du viele Fotos hast, die ansonsten irgendwo auf einer Festplatte versauern würden, sag ich mal, dann nutze das durchaus. Schau dir mal Plattformen wie zum Beispiel Stockfood an und überlege, ob es sich für dich lohnen würde, dort deine Fotos anzubieten. Also, wir haben uns mit drei Möglichkeiten beschäftigt, wie du mit deinen Foodfotos Geld verdienen kannst. Dazu gehört die Werbefotografie, die Content-Produktion für Social Media und die PR und der Verkauf von Nutzungsrechten an deinen bestehenden Fotos. Es gibt Gott sei Dank wirklich viele, viele Wege, um als Foodfotograf erfolgreich zu sein. Es gibt so vielfältige Kunden, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Mach dir Gedanken darüber, wie dein Foodfoto-Business aussehen soll und dann, ja, go for it. Und wenn du dich noch fragst, ob du schon bereit bist, um mit Kunden zusammenzuarbeiten, dann habe ich was für dich. Mach mal einen kostenlosen Video-Check und finde heraus, ob deine Foodfotos bereits gut genug sind, um damit wirklich Geld zu verdienen. Den Link packe ich dir in die Videobeschreibung. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. So können wir noch viel mehr Foodfotografen und Fotografinnen erreichen und euch dabei helfen, eure Foodfoto-Karriere zu starten. Denk zum Beispiel an... Was ist denn überhaupt Werbung? Was ist denn überhaupt Fregeziel? Wie kommt es gerade?